hunde nicht da schreit jemand ganz schön der mag uns wohl nicht wir schreiten hier so das ist ein großer schlimme ist du weißt nicht wer lebt und wer nicht lebt springst da drin und stehen soll auf gut noch weiter weiter geht die tür hier auf? ok da sind tausend zombies irgendwo und da ist der generatoren der Name ist marcus. Ich habe das Stück von verdammten, als diese Dinge aus keinem kamen. Schau, ob du den anderen Transformer zurückkriegst, während ich diesen zu verdammten. Geh! Okay. Ich guck mal nach. Den anderen Generator online kriegen. Der ist hier irgendwo, oder? Oh, ein Ball! Runter da mit dir. Denn nicht. Jetzt aber. Oh, nein. Football! Yo, du bist tot, Zombie. Nanana. So, hier sind ganz, ganz viele Mist-Zombies. Sogar ganz schnelle. Na, kommt ruhig alle her. Oh, 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 oh. So, alle tot. Gut. Okay, aufpassen. Die können hier von allen Seiten kommen, die Mist-Piecher. Hey, Zombie! Draht. Okay. Hast du schon wieder deinen Schlüssel verlegt? Sag mal, Frau. Au. So. Zuerst treten, fetzt... Also, da können wir nicht so schnell an meinen Hals ran, wo sie wollen. Gut, weiter. Nee, falscher Weg. Hier lang. Anderen Generator suchen. Hier. Ist er irgendwo. Ist das ein Dungeon? Und Tür aufbrechen. Hier sind ja voll die... Ach, verdammten Helden hier. Und... Ist er da? Oh, Alarm-Anlage. Scheiße. Stellt Tür zu machen. Verzeihung, der kommt. Strom wieder anmachen überall. Was ist das? Ein Fakt. Okay. Was ist da drin? Messingschlagring. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Muss ich nicht haben. Ein... Was hier noch? Ein... Super. Strom, Lüft wieder. Wir sind mal wieder die Helden geworden. Jetzt geht's raus hier. Tür zu machen, falls irgendwelche Zombies kommen. Und an den Stromleitungen rumknabbern. Marderschaden, ne? Hehehe. Weiter. Was? Oh, der fliegt immer hoch. Gut. Dann haben wir den Ball noch ins Wasser, wo er hingehört. Und dann ist Schick. Plansch. Schwimmt er? Ja. Huh. Noch mehr Zombies. Mensch. Ich wollte hier im Wasser spielen und ihr kommt hier. Hehehe. Fleisch. Okay. Fleisch ist immer gut. Wozu auch immer. So. Weiter. 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 Laufen wir mal ein bisschen. Zu Davis. Huh? Hör. 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 Verdammt. Das ist Homie. Ach so. Du wirst du wohl. Fall. Hör. So, ein bisschen heilen. Man kann ja nie wissen, ne? Schluf, schluf, schluf. Super. Weiter. All right. Everything works. Go tell Darwin the good news. I'll stay here just in case the fusers blow when you start pulling power for the lighthouse. This is for you. Thanks for the help. Hör. Hör. Cash. Ja, Cash ist immer cool. So. Ich habe hier irgendwo in der Nähe ein Ausrufezeichen gesehen, was von Zombies umringt ist. Vielleicht können wir ja da jemandem helfen. Lebt hier noch irgendjemand? Yep. Totstelle hier. Ach, ist nicht. Du auch? Ja. Schweinehund. Oh, Arschtreten hier. Oh, jetzt hängt der da aber. Okay. Lass mal ausbluten. Ist gut. Oh, nee. Ist der eine Tasche im Wasser oder was? Plätscher, Plätscher. Ja, aber kommen wir nicht ran. Oh, da ist ein Zombie. Er lebt im Schub noch. Nö. Nicht mehr. Oh, das Wasser färbt sich sogar ein bisschen rot. Kann das sein? Nicht? Okay. So, jetzt würde ich mal gerne wissen, was hier drin ist. Guthaben, ein Haufen Geld, Gürtel, Gelddings, Bums, Geldschein. Nein. So. Okay. Und. Ja. So. Absolut Fragezeichen da. Da leben noch welche im Haus wahrscheinlich. Äh. Verdammt. Wird ihr wohl die armen Menschen in Ruhe lassen? Sag mal. Habt gerade viel Anstand. Nicht? So. Hallo, ich bin hier. Du kannst jetzt rauskommen. Nicht? Okay. Dann komme ich rein. Noch unter mir. Noch ein Zombie? Nicht? Gut, dann breche ich jetzt die Tür auf. Wartet. Ich komme. Ich rette euch. Essa. Essa. Upsa. Hi. Gleich Tür zu machen, bevor hier ein Zombie kommt. Ja. Hallo? Ist hier irgendjemand? Hier sind doch Ausrufezeichen. Hier müssen doch irgendwo Menschen sein. Okay. Dann hol ich die Tür mal auf. Bist du tot? Oder bist du ein Zombie? Nee. Ausweis. Hä? Hast du hier alles Zeiten, das hier bunkert? Ein bisschen Geld. Telefon. Und? Was ist das? Klebeband und... Nägel. Nehmen wir mit. Da sind die Überlebenden, oder? Noch Lebenden. Du bist durstig. Ja, ich habe einen Haufen Wasser dabei. Aber ich trinke erst mal deine Nelndringswechsel. Du bist die hier drüber. Warte, ich habe hier... Ich fühle mich drüber und ein bisschen nauseus. Mein Herz ist verhundet. Bitte. Ich habe nichts zu trinken, für ein paar Zeit. Wenn du mir ein bisschen Wasser bringst, dann gebe ich dir, was ich habe. Ja, Wasser habe ich bei. Kannst du noch haben. Ich habe mal vor. Oh. Ich habe tausend Wasserflaschen bei. Da kriegst du eine ab. Hoch. Oh, thank God. Thank you. Bitte. Gerni, schön. Oh, thank God. Thank you. Okay, ich habe ganz viel. Kannst du alles haben? Oh, thank God. Thank you. Ey, die gibt mir für jede Wasserflasche 70 Kröten. Geil. Oh, thank God. Thank you. Geil, Geld machen. Oh, thank God. Thank you. Jo, bitte. Oh, thank God. Thank you. Cool, Alter. Oh, thank God. Thank you. Erfahrungspunkte gibt es dafür auch. Geil. Ich kann nicht lange ohne Wasser verletzen. Boah, hast du so viel Wasser von mir gekriegt? Halt mal. Still hier. So. Wer bist du? Bist du auch Wasser haben? Ich bin safe in hier. Die Monster können mich nicht. Das ist nicht gut in hier. Wer bist du? Ja, ich bin der Neue. Ich komme erst da. Ich bin Annie. Und ich schaue meinen Teddybär. Ich kann nicht schlafen ohne ihn. Und ich bin sehr schlafen. Und die Monster klingeln. Will you find my Teddybär? Der Teddybär soll der meins der Bungalow im Hotel Bungalow 15 sein. Yeah. Der letzte Mal, wenn ich ihn gesehen habe, war er in unserem Bungalow. Nummer 15, wo ich mit meiner Schwester Jenny live. Teddybär? Erinnere mich. Er Name ist Teddy. Er hat einen Mann, der dir schickte, und ich bin sicher, dass er mit dir mit dir geht. Er ist ein brav Teddybär. Und den haben wir noch nicht? Nee. Okay. Du hast schon hier noch gekriegt. Mein Muskel ist der Stahl und der Kramper ab. Du bist doch fein. Haben wir der Frau geholfen? Haben wir ordentlich Geld gemacht? Mal gucken. Yo. 3113 haben wir jetzt. Finde ich gut. Tür zu. Falls wir wieder Wasser verkaufen wollen, wissen wir aber, wo wir hin müssen. Was machst du denn da? An die Tür klopfen. Echt? Okay, jetzt sollten wir unsere Waffe wechseln. So. Da war eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Ach, ein Holzknüppel. Nö, erstmal nicht. Ups. Oh. gut, alle toll gemacht haben sie gesund, die Schweine? weiter was gibt hier rum? alkohol oh, jetzt haben wir alkohol getrunken wollte ich eigentlich nicht, aber ja wie ist das? wie ist das? wie ist das? nein, du bist tot gerade gehen ist ja nicht einfach, wenn man betrunken ist feierzeit, gas energie drängt, müssen klar werden hier jetzt wird nicht hier so und treppe runter so und so Koffer ok ok liegt hier Wasser rum, vielleicht Wasser ist sehr kostbar, wie auch von dir sehen haben oh, ein Zombie Zombies immer zuerst auf den Boden schmeißen, dann können sie nicht viel machen so, haben wir hier Feiners Nahrungsmittelkonserve Energiedrink nehmen wir ok liegt hier noch alles rum Geld na 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 werden wir hol kriegen wir das noch? ja, gut das hier Nahrungsmittelkonserve super Geld ohne Ente gut 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 ähm oh, hi so war noch irgendwie Wasser oder sowas hier? sowas? ne, haben wir nicht gehen wir weiter so so unser Wagen stand wo? weiss ich nicht mehr ach, wir haben jetzt bestimmt auf der Suche nach einem Teddy, was? kann natürlich gut sein ups sorry oh zombie gut wie ich kann weiter oh hi so kämpft weit mit Fäuste so lange mit Fäuste kämpfen müssen wir eine neue Waffe haben ach ne wir haben ja noch einen Knüppel so super oh ne Rutsche da will ich runterrutschen, die gibt es ja nicht Geld, Geld, Geld Geil Lass mich rutschen Hui Yo Oh man oh man Ich hab einen Schaden Ball so okay ab zum Teddy 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 was ist denn hier drin Klos so wo ist denn hier was ist das Feuerzeuggas Klebeband als nächstes für den war benutzte Damenbinden hehehe ah ne können wir einen Dauerlutsch raus machen hehehe ok weiter Klammer können wir die Zombies wieder die Haare klammern zur Tode klammern hehehe und ne Kiste mit nichts ich find cool also Kisten mit nichts das wollte ich schon immer mal Dau mentoilete Aua Stufe 6 hey Stufe 6 ein Stufe 6 Zombie ein Stufe 6 haben wir hier ein Ausweis Nahrungsmittel konserve und ein Energiering zum heilen Ok ich guck mal in ein Damenklos rein was hier so abgeht Na, man wirst wo aufgehen, sag mal Da ist Nägel, okay Wozu brauchen Frauen auf Klonen Nägel? Lassen sich nageln, okay Nee, okay, weiter Ach, nee So, haben wir hier Nichts Und Flexibler Schlauch, Mann, Mann, Mann Klinge Okay, da ist auch noch Einmal, da ist was drin Flexibler Schlauch, okay War Keine große Ausbeute, aber eh Ja Ah, Hotel Na Ja, ja Ich hab dich gehört Hier ist das Hotel Das macht nur ein Kinderplanschbecken Was? 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 Tot Ja, willst du auch sterben? Kling mal hin Levelaufstieg Unglaublich Wooh So, jetzt werden wir uns auf dem Aufleveln. Die Ausdauer deines Feindes unter 50% liegt. Ui, jetzt haben wir da Instandhaltung. Geld. Aha. Wahrscheinlich, dass wir die Aufmerksamkeit für Feinden auf der Sicht ist größer. Ähm, nehmen wir... Tackling. Oder? Schiebt Feinde beiseite, um etwas Platz zu schaffen. Wirft Feinde zu Boden. Erstmal die Wucht. Erstmal Schaden und Kraft erhöhen. Das war ein bisschen mehr Schaden machen. So. Ich finde es natürlich äußerst interessant, hier rumzurennen und wirklich allen möglichen Krimskrams aufzusammeln. Also es ist ein wirklich sehr interessantes Spiel, auf jeden Fall. Und kurz Werbeeinblendung ein auf cd-keys.at. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Kriegt ihr das Spiel zum Halmpreis, Steam Key und könnt spielen. Uncut. Werbung Ende. So. Weiter. Nein, ich hau nicht. Ich bin selbst ohne Waffen gefährlich, verdammt. Schau mal. Die planschen alle. Wasser die Zombies. Wasserratten. Wasser Zombies. Weiter. Den Teddy suchen. Oh, da ist noch ein weißes Kreuz. Da ist also noch irgendwo überleben, ne? Hallo. Komm hier für einen Moment. Ja. Okay, listen, there's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. But he came down with whatever this infection is and pay me what he owes me in exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow. But I need the key to get in there. It's not like the poor hijo that puta needs it anymore. Hey, listen, if you get me the key, we'll split the cash. Deal? Hmm. Yeah. Okay. Good, good. Listen, he's hard to miss. Very tall. And I'm pretty sure I saw him at the bar. Get back here as soon as you have the key, alright? Okay. Was hast du hier drin, da rumzuliegen? Irgendwas interessantes? Hey, let me know when you find his key. Bei der bar hängt er rum. Also da hinten. Achso. Ist ja nicht weit. Oder bei einer anderen bar. Machen wir nämlich erst die Mission und dann machen wir die Mission mit dem Teddy. Weil die ist ja da oben. Leiderbar also. Da bestimmt. Was hast du hier drin? Das war's für heute. Der ist ja hier. Das war's für heute. Sie haben uns viele Geheten. Sie haben uns da noch was haben. Mit diesem Ohr, der wird er nicht getreut. Ich hab ihn hier mit Muster. Ich hab ihn nichtitate. Es ist nicht den Garten. das war's mit euch mit mir aber auch fast heftig große batterie das ist doch schön an der bar finden wir da müssen ein bisschen heilung können wir eigentlich gleich querfalt eingehen du lebst noch ja 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 gut echt vorsichtig sein hier ach du ja 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 gut gut zu wissen das ist eigentlich ziemlich cool eine große zombie herde wenn ich ihn verfolgt ab in wasser alle umhauen und dann ertrinken sie kommt immer auch her damit ihr weg sei ja komm her so geh baden liegen bleiben und ertrinken gut noch jemand huder na komm her ach komm her großer hör auf zu meckern und komm her dann mit dem 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 our im de dem dem der dem Vielen Dank.